Um junge Schwimmtalente optimal zu entwickeln, bieten Perzentilkurven Normwerte und Benchmarks, um die Leistungsprogression von Rennergebnissen im internationalen Vergleich über den gesamten Karriereverlauf zu analysieren. Daher haben wir aus knapp 3 Millionen Rennergebnissen von 133 Nationen Perzentilkurven erstellt. Um sich die Perzentile zu einem bestimmten Rennergebnis einfach und unkompliziert zu exportieren, benötigt es bei über 40.000 Kombinationsmöglichkeiten aus 34 Kurven mit je 99 Perzentilen und 12 Alterskategorien eine Softwarelösung. Um im Training und Wettkampf von allen Endgeräten inklusive dem Smartphone und dem Tablet-PC auf die Daten zugreifen zu können, wurde eine Webapplikation entwickelt, auf die mittels des QR-Codes auf dem Poster zugegriffen werden kann. eine Webapplikation